Es war der Moment. Es war der Beginn von etwas völlig Neuem, der Durchbruch schlechthin. Das elektropneumatische Schlagwerk war geboren. Eine Revolution nahm ihren Lauf. Auf den Baustellen dieser Welt tauchten die ersten roten Koffer auf. Und sie werden mehr und mehr. Wer noch keinen hat, will jetzt einen. Und während die technische Entwicklung immer weiter geht, wird das ist mein Hilti Bohrhammer zum geflügelten Wort. Irgendwann war klar, mit einem Hilti Hammer war man nicht nur innovativer und produktiver. Sondern auch attraktiver. War der Hilti Service schon immer berühmt, so wurde er jetzt zur Legende. Doch an die nie zuvor dagewesene Leichtigkeit und Durchschlagskraft musste sich manch einer erst gewöhnen. Nach der ersten Eingewöhnung ist die Produktivität dann aber nicht mehr zu bremsen. Nur die außerordentliche Hilti-Qualität und Robustheit machen es manchem schwer, sich von seinem alten Gerät zu trennen. Für uns jedenfalls geht auch nach 40 Jahren die Perfektionierung der Bohr- und Meißel-Technologie immer weiter. Und in die nächste Runde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017